Und du hörst mich auch gut, ja? Ich höre dich super, ja. Du hörst mich auch gut? Okay. Ja, das ist mal meine lustige Doppelkopfhörerkonstruktion. Echt? Ich bin ja ein großer Fan von offenen Kopfhörern, genau, also für bestimmte Anwendungsfälle. Außenrum ist der geschlossene, auf dem ich mich selber höre. Innen drin steckt der von Apple, der offene, auf dem ich dich höre. Um Gottes Willen. Ich habe ja kein Mischpult, deswegen mache ich das nicht. Ah, verstehe. Ja, ich habe auch kein Mischpult. Aber es funktioniert. Also ich habe halt beide Signale klar in meinem Kopf. Ja, so sollte es sein, ne? Ja, ist lustig. Dann versuche ich deinen Kopf nicht zu trüben mit meinen Worten. Ja. Ja, wie ist es dir ergangen die letzten Wochen? Ich meine, du wirst sicherlich deinen Podcast auch durchgehört haben mit deinem eigenen Interview-Talk. Was ist hängen geblieben? Ach, für mich selber? Ich weiß gar nicht so viel. Das ist, dass ich erstmal von Freunden, die das auch gehört haben, die Rückmeldung bekommen habe, dass ich sehr schnell spreche. Ich versuche heute also ein bisschen langsamer zu sprechen, aber sehr konstruiert, äh, Quatsch, nicht konstruiert, ja, toll, da fängt es schon an. Sehr konzentriert, würde ich sagen. Genau, sehr konzentriert. Und, ähm, das war für mich selber ein bisschen erstaunlich, dass ich tatsächlich anscheinend so klar das formulieren konnte, was mich so bewegt. Was auch vielleicht damit ein bisschen zusammenhängt, dass ich auch über manche Fragen ja auch schon länger drüber nachdenke. Liegt vielleicht so ein bisschen am Lebensalter, ne, dass man sich überlegt, so mit gegen Ende 30 mittlerweile auch schon mache ich das jetzt genau so noch weiter die nächsten 20 Jahre oder eben nicht? Oder suche ich vielleicht noch neue Themen, auch Familie oder sowas, was aber gelegentlich mal durch den Kopf kommt, ne? Das hängt da so ein bisschen dran, aber ich habe beim Hören eigentlich jetzt für mich, glaube ich, selber keine weiteren Eindrücke gewonnen, glaube ich. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also, es war sehr klar, man konnte dir gut folgen, waren schöne Geschichten, die du erzählt hast, aber das Ende des Podcasts war sozusagen der Cliffhanger für den heutigen, würde ich fast sagen, weil wie du schon selbst erwähnt hast, ne, wo geht die Reise hin? Du suchst nach sehr viel Neuem, aber so der Satz, äh, Liebe fehlt oder wie feierst du und deine Projekte Weihnachten, das waren dann doch so zwei Sachen, wo ich als Moderator kurz mal dachte, hups, was ist da denn los? Ich habe mir lange überlegt, soll ich damit einsteigen, weil es eigentlich, glaube ich, ein sehr emotionales und komplexes Themenfeld, daher habe ich mir gedacht, nehmen wir uns erstmal die Uni raus, weil ich glaube auch für, dieses Themenfeld ist für dich was Besonderes, weil du da auch gemeint hast, hat mich viele Nerven gekostet, aber war trotzdem oder ist irgendwie trotzdem die schönste Zeit meines Lebens und du hast dort viel von Robotermenschen manchmal gesprochen, weil du dir nicht sicher bist, wo geht auch hier die Reise hin mit der Bildung und da wollte ich einfach nochmal anknüpfen. Was hast du so mitgenommen von den Bologna-Studiengängen bisher? Ja, die Frage war ja letztes Mal auch schon so ein bisschen so drin, ich nehme mir immer nur indirekt mit, weil ich ja selber nicht Bologna studiert habe. Ich nehme halt mit, dass das System halt immer weiter optimiert wird und ich auch Teil dieses Systems bin und mich auch ein bisschen frage, also wenn man gerade so ein Projekt in der Mache, wo es halt darum geht, den Studierenden eine App zu schreiben, wo sie die Möglichkeit bekommen, ihr Studium besser zu organisieren, also die Möglichkeit haben, schneller Lerngruppen zu finden, ist das konkrete Beispiel. Und da fragt man sich halt schon, man ist jetzt Teil dieses Systems und hilft ihnen genau das, was man vielleicht von außen kritisieren würde, also es ist wenig Zeit, das Studium so voll auszukosten. Genau das verstärkt man eben noch, indem man im Prinzip noch schneller die Prozesse macht, indem man noch bessere Organisationsmöglichkeiten schafft, was ja im nächsten Schritt bedeuten würde. Oder vielleicht könnte man die Studienzeiten nochmal einen Tick verkürzen. Insofern ist die Frage, ist das eigentlich der richtige Weg, den man damit unterstützt. Da fällt mir ein gutes Zitat eines Kabarettisten ein. Woher kommt eigentlich der Druck? Tja, ich glaube, der Druck kommt vor allen Dingen erstmal, ich sage, von der Politik klingt das so ein bisschen pauschal, aber es ist letztlich, man glaubt, es wäre sinnvoll, möglichst schnell, in Anführungszeichen, fertige Menschen zu produzieren und folgt diesem hehren Ziel. Aber ob es ein gutes Ziel ist, weiß ich gar nicht. Eigentlich müsste man jetzt in der Rolle, in der ich bin, hingehen und genau dagegen halten und sagen, hey, lass uns mal irgendwie Freiräume schaffen, in denen Studierende irgendwie mal ihre Ideen umsetzen können. Gerade einfach auch, weil ich persönlich finde, dass das Kreativität und eigene Ideen wachsen zu lassen, total wichtig ist, auch bei dem Finden von dem passenden Job oder dem Aufbauen von Lasses Karriere, nennen wir das so. Das ist vielleicht bei dir ja auch, ich weiß nicht, du brauchst ja auch Zeit für deine Projekte und es ist bestimmt was, was dich total trägt und leitet und wird gleich rückblickend einfach eine ganz wichtige Sache gewesen sein. Vielleicht müsste man mehr drüber nachdenken, diese Freiräume auch tatsächlich zu schaffen und auch wieder für die Studierenden das Spielerische stärker werden zu lassen und nicht das Optimieren eines Ablaufes. Ja, da hast du. Und das auch der Politik beibringen. Ja, da hast du sicherlich recht. Ich meine, du stehst ja inzwischen näher, sag ich mal, den Entscheidern einer Universität, also der Universitätsleitung und damit den Konzeptgebern eigentlich für Hochschulbildung, als ich es jetzt so zwischen wissenschaftlicher Hilfskraft und Studium noch bin. Aber was ist denn dein Eindruck? Wie rechtfertigen denn diese Leute an der Spitze eigentlich ihr Handeln oder was sagen die denn dazu? Also sehen die das eher diplomatischer oder was läuft da eigentlich so ein bisschen? Hast du da, kannst du da was sagen oder? Ich habe vielleicht nicht so viele Eindrücke, weil ich ja nicht so unbedingt, sag ich mal, auf der studienstrukturierenden Seite tätig bin. Also ich bin jetzt nicht in Prüfungskommissionen oder ich schreibe keine Prüfungsordnung, sondern ich helfe eigentlich nur. Im Gespräch, so vielleicht mal in der Mensa oder Café, da trifft man ja durchaus mal andere Abteilungen, ich weiß nicht. Allgemein stelle ich fest, dass die meisten eigentlich das System eher beklagen und sagen, ach hätten wir mal nicht oder das ist ja auch für uns so viel Arbeit, es werden irgendwie mehr Prüfungen oder das Prüfungsamt ist da irgendwie stärker belastet und jetzt kommt schon wieder die nächste Reform, die wir auch noch mit durchdrücken müssen. Man wäre eigentlich froh, vielleicht irgendwo, sag ich mal, in meinem persönlichen Lebenslauf Anfang der 2000er vielleicht stehen geblieben zu sein, weil es erstmal eigentlich nicht falsch sich anfühlte für die Beteiligten. Also diese, diese Richtung, tja, das hat sich halt so ein bisschen ergeben, weil man wettbewerbsfähiger sein will. Mittlerweile zeigt sich ja auch, dass Deutschland, ich weiß nicht, wie tief du in der Diskussion drin bist, um Finanzen und EU- Finanzausgleich und so weiter. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Man kann verkürzt sagen, Deutschland ist teilweise viel zu effizient. Wir sind einfach viel zu gut und verkaufen halt unsere Nachbarn unsere viel zu günstigen Produkte und dadurch ergeben sich Ungleichgewichte. Ich will da jetzt nicht in die Tiefe eingehen, da gibt es relativ gute Quellen zu, aber wir sind vielleicht viel zu effizient und sollten einfach mal ganz bewusst einen Schritt zurückgehen. Das würde ja eine Stolz verletzen. Das macht man ja nicht. Man wird ja nicht die Entwicklung zurückdrehen, einfach so nur um was auch immer, welches Gut man damit verfolgen mag. Ich finde es gut, ein bisschen zu entschleunigen und den Effizienzgedanken etwas zurückzufahren. Einfach mal Freiräume schaffen, Zeit haben. Die Vier-Tage-Woche wäre ja auch ein schönes Ziel. Eigentlich könnte man sich das vielleicht als Gesellschaft leisten, nur wir tun es einfach nicht. Die Gesellschaft gleicht sich ja doch nur so ein bisschen selbst aus, habe ich das Gefühl, wenn man hört von immer mehr Leuten, Gymnasium machen wir mit unseren Kindern nicht mehr, ist zu stressig. Jetzt kommt bei Spiegel Online der Artikel, in Norwegen haben wir sechs Stunden Arbeitstage und die Produktivität ist zum Teil gestiegen, die Krankheitsausfälle sind gesunken etc. etc. Also eigentlich wäre ja alles da und das wäre natürlich auch wieder die Sache, du sagst, die Leute beklagen sich alle, aber warum macht dann niemand was? Und du bist ja eigentlich ein Mensch, du bist ja eigentlich ein Macher. Du hast Stud.IP angestoßen, du spielst Theater, du machst Podcasts, du schaust dir Städte an, du fragst es. Aber warum ist genau dann an den gewissen Punkten, warum wird da nichts gemacht? Und die Leute hätten ja die Macht, die hätten ja die Gelegenheit, aber sie tun nichts. Ich weiß nicht, ob das verkürzt ist, wenn man sagt, das ist ein bisschen so ein deutsches Phänomen. Ich denke, wir werden das auch alles tun. Es ist ein bisschen träge der Prozess und es wird ein bisschen dauern, bis man auch hier vielleicht feststellt, dass manchmal weniger mehr ist. Aber man diskutiert erst mal relativ lange, man ist relativ vorsichtig und das mit der Veränderung ist halt irgendwie eine schwierige Geschichte. Ich kann das nochmal anders aufziehen. Ich komme ganz oft zurück aus dem Urlaub oder einfach, wenn ich andere Eindrücke gehabt habe in dieses Land und es erscheint mir dann ziemlich grau und ziemlich träge letztlich, was ein lustvolles Verändern angeht. Und das finde ich sehr schade und das ist etwas, was mich manchmal auch sogar stark runterzieht, wo ich denke, eigentlich, natürlich bin ich Deutscher, ich bin Teil dieser Kultur und ich werde vieles davon auch von außen betrachtet wahrscheinlich genauso mittragen oder mitleben. Trotzdem wünsche ich mir, man käme da so ein bisschen raus. Und um nochmal vielleicht auf das erste Thema zurückzukommen, die Frage ist, was kommt für mich jetzt? Bislang war vielleicht auch mein eigener Zugang zur Neuerung recht unbefangen nach dem Motto, alles Neue ist schön und cool und gut. Man kommt halt irgendwann an den Punkt, wo man einfach auch vielleicht strukturell ein bisschen mehr einwirken sollte. So, dass einfach die Frage existiert, kann ich nicht mit dem Wissen, was ich habe, ein bisschen mehr machen als so schönes ist Theater, Podcast und irgendwelchen netten Filmen auf Vimeo oder so. Sondern vielleicht müsste man tatsächlich mal eine Ebene weitergehen und Ideen auch, ja, vielleicht müsste man in die Politik gehen oder. Aber das wäre dann wieder was Neues. Eben auch nicht nur an sich selber denken, genau, sondern etwas sozialer wirken, etwas mehr für die Gesellschaft auch zurücklassen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich mir auch mal gefragt habe, das ist gar nicht so lange her, für wen mache ich die Projekte? Also klar, es gibt immer Zuschauer im Theater, es gibt Hörer des Podcasts, es werden immer einige Menschen auch davon etwas ziehen. Aber es fühlt sich fast ein bisschen wenig an, ohne das abwerten zu wollen. Es fühlt sich so an, als wäre dann niemand. Könnte man nicht vielleicht auch mit seinem Wissen, mit seinem Können mehr erreichen? Natürlich steckt dahinter der Wunsch, irgendwas zurückzulassen, aber vielleicht auch das schlechte Gewissen zu wenig zu tun. Aber da könnte ich jetzt einhaken und sagen, aber wäre es nicht an der Zeit, dass du was für dich tust? Tja, das ist das andere Extrem. Ich stelle immer wieder fest, dass ich sehr, ich habe so einen Podcast oft gesagt, Kontraste schätze, Ambivalenzen, so ein anderes Thema. Natürlich entdecke ich die auch in mir selber. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich auflösen lassen. Bevor wir vielleicht in dieses komplexere Themenfeld zurückfinden, kommt eigentlich dieser Wunsch und ich würde es einfach mal sagen, du hast auch so wie ich so ein kleines Helfer-Syndrom. Ja. Weil ich meine, sonst würde man ja nicht so Podcasten oder so DiPi und so dieses ganze E-Learning machen, weil es ist ja doch immer Arbeit für Leute aus einem sehr, sehr idealistischen Weltbild heraus. Kommt das daher, dass du Mängel siehst oder wie kamst du diesem, ich möchte das machen? Also es ist sicherlich ein Helfer-Syndrom, aber auch ein Weitermachen, weil es bestimmt noch besser geht, Syndrom. Aber auch das ist ja auch wieder, wenn du sagst, weil es besser geht, dann bist du aber genau wieder an der Stelle, wo du vorher gesagt hast, eigentlich wäre es einmal gut, wenn es nicht besser geht. Die Frage ist, was wir als besser sehen. Bisher war neu einfach besser, könnte man mal ganz verkürzt sagen. So, bessere Technik, neuer Computer, neues Design, neue Orte. Und man merkt irgendwann, vielleicht ist das ein bisschen zu kurz gedacht. Besser kann eben auch bedeuten, vielleicht weniger viel arbeiten, weniger Stress, weniger von allem. Also besser kann auch weniger sein. Besser heißt nicht zwingend mehr. Und das ist dann vielleicht so etwas erwachsenere Denke auf diese ganze neophile Grundstimmung, die ich einfach habe. Weil ich gucke immer gerne nach vorn. Ich gucke gerne, was so als nächstes kommt. Und das ist fast schon so ein bisschen, das klingt vielleicht kummel, wenn ich sage, es ist so ein prophetisches Gehen. Nehmen wir mal einen anderen Gedanken. Es ist eher so ein Durchspielen, was so als nächstes passieren kann. Mehrere Varianten. Eine davon ist sicherlich die wahrscheinlichste. Und da erkennt man relativ schnell, wo ein Spannungsfeld existiert, das sich vielleicht durch einen kleinen Sprung auflösen lässt. Also immer dieser nächste Sprung zu etwas, was ich persönlich für etwas Besseres halte. Diesen Sprung zu machen und auch andere mitzunehmen, das ist halt schon was, was immer schon da war. Ich kann nicht genau sagen, wo es eigentlich herkommt. Das müsste vielleicht eine Therapeut irgendwie rausfinden. Ich weiß es nicht. Und schon wieder sind wir an diesem Punkt. Okay. Naja, das ist manchmal aus sich selbst heraus schwer zu sehen. Und es mag trotzdem eine klare Antwort darauf geben. Ich weiß es nicht. Manchmal gibt es so initiale Ereignisse. Manchmal. Wir haben ja schon angerissen, du bist jemand, der sehr viel macht und auch der Podcast trägt den Titel Auf der Suche nach Neuem. Wo geht es für dich hin? Weil du meintest gerade, vielleicht brauche ich so einen Break. Tatsächlich habe ich gerade keine Antwort auf die Frage. Ich habe gerade eigentlich eine relativ schöne Phase. Nächsten Wochen relativ viele spannende Ereignisse vor mir, die ein bisschen zusammenhängen mit Podcasting. Ich werde vielleicht in Berlin ein paar Folgen machen im Bereich Urban Exploring, wo ich bisher eigentlich viel zu wenig gemacht habe. Ich möchte mich also auch eher mit dem Alten, mit dem Kaputten beschäftigen. Aber das stellt vor allem ein persönliches Interesse und ist noch nicht so unbedingt das, was jetzt so viele Aktionen nach sich ziehen wird. Was ganz interessant ist, und da kann ich auch kurz Werbung machen, es gibt auf der Republika einen Vortrag oder einen Talk, den ich gemeinsam mit Martin Fischer machen werde, auch Podcaster zum Thema 200 Jahre Widerstand. Da geht es also eben nicht um Technik, da geht es um Geschichte. Martin hat den Podcast Staatsbürgerkunde und beschäftigt sich darin mit der Geschichte der DDR. Ist also ein sehr geschichtsaffiner Mensch. Ich bin mit eingestiegen erstmal nur als Geräuschemacher oder als Mensch, der sich gut mit Präsentationen auskennt, entdecke aber gerade, dass das eine Ebene ist, die für mich neu ist, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und Verknüpfungen aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu ziehen. Ob das nur das nächste Thema ist, dem ich folgen werde, lässt sich noch gar nicht absehen. Ich habe keinen Masterplan, dafür hatte ich glaube ich aber auch nie. Deswegen muss man das einfach auf sich zukommen lassen. Nee, Masterplan hat man ja eigentlich selten, aber was sagt dir dein Gespür? Also willst du dich aus dieser ganzen Kreativschiene so ein bisschen zurückziehen oder? Nee, ich glaube, ich möchte vor allen Dingen mehr Dinge machen, die ich machen will und nicht unbedingt mache, weil ich denke, ich müsste. Also ich habe dieses Helfer-Syndrom insofern, dass ich, sage ich mal Stichwort Theater, ich bin da eingestiegen als Mitarbeiter. Mitarbeiter heißt nicht, dass man Geld bekommt, sondern dass man verantwortlich ist. Das Ganze ist ehrenamtlich. Das hat mir einige Zeit sehr viel Spaß gemacht, aber ich stelle fest, dass ich viele Dinge einfach mache, weil ich das Gefühl habe, ja, ich kann jetzt nicht Nein sagen. Und dieses Gefühl, ich kann jetzt nicht Nein sagen, ist eigentlich ein schlechtes. Man sollte Nein sagen können, man sollte Nein sagen lernen. Das ist mir immer nicht so ganz leicht gefallen, aber es wird besser. Und einfach mal öfter Nein zu sagen und sich Dinge rauszupicken, die wirklich Spaß machen, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, das will ich auch aus ganzem Herzen oder einfach aus komplett intrinsischer, starker, vorhandener Motivation. Und das ist Podcasting? Podcasting ist es auf jeden Fall. Das kann man sagen. Beim Theater muss ich gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe alles gemacht, was man da tun kann. Ich würde vielleicht gerne mal auf der Bühne stehen, aber nicht unbedingt so bald, weil es einfach ein krasser Zeitfresser ist. Ich denke, Reisen wird es weiterhin auch stark sein. Ich reise total gerne. Aber auch da, nachdem ich jetzt so gefühlte 15 bis 20 Mal in Spanien war, vermutlich war es nicht so oft, einfach mal neue Regionen sich erschließen. Und auch vielleicht mal gucken, wer so mitkommen möchte. Ich denke mir, das ist halt auch Zeit, dass ich ein bisschen mehr wieder auch auf Freundschaften und Soziales zu besinnen. Das ist ganz interessant. Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Zeit auch nicht ausschließlich für Projekte und mich, sondern vielleicht für Menschenprojekte und mich oder nur Menschen und mich zu finden. Ja, Menschen, glaube ich, kamen letztes Mal nicht so raus. Da hast du recht. Richtig. Also Menschen, man verliert es manchmal so ein bisschen. Klar, ich habe nach dem Studium viele Freunde auch einfach weggehen sehen und dann ist der Kontakt naturgemäß etwas dünner geworden und man akkurriert vielleicht nicht mehr so viele neue Menschen wie im Studium noch. Man muss sich halt auch wirklich überlegen, welche Freundschaften man ganz bewusst durch, auch durch, das klingt blöd, man sagt Arbeit, aber durch regelmäßig sich treffen und mal nachfragen, wie wäre es denn mal einfach auch verstärkt und nicht nur einfach guckt, was passiert. Dann werden die sich von selbst auch in vielen Fällen einfach auslaufen. Also dafür sich Zeit nehmen, Kontakte auch halten. Es kommt vielleicht ein bisschen kurz bisher. Aber da kann man ja an die App-Geschichte wieder ein bisschen anschließen. Ich meine, durch so Kommunikations-Apps hat man ja schon das Gefühl, dass Leute ein bisschen mehr darauf bedacht sind, diese soziale aufrechtzuerhalten, oder? Wie ist da dein Eindruck? Ich bin immer sehr stark gewesen, glaube ich, in Kommunikation, insofern, dass ich quasi auf allen Kanälen erreicht werden kann und gerne kommuniziere. Ich telefoniere gerne, ich schreibe gerne. Ich kann auch relativ viele Kommunikationen gleichzeitig aufrechterhalten. Das ist auch Teil meines Jobs. Und das hilft mir, glaube ich, einfach auch, da Kontakte zu halten und auch sehr vielfältige Kontakte zu halten. Nur viele von denen sind eben sehr punktuell. Man ist da vielleicht auch relativ sprunghaft. Es ist schon auch wichtig, die Zeit zu nehmen, sich auch wirklich zu treffen, also auch wirklich was zusammen zu machen. Oder vielleicht auch einmal einen Urlaub zusammen zu machen, noch einen Weg zu fahren. Und das ist so etwas, was sicherlich stärker werden kann. Kommunikation ist nicht alles, auch Interaktion ist wichtig, ne? Genau. Also nicht nur über die Studiensituation reden, auch irgendwann einschreiten, wenn man so sagen kann. Genau. Vielleicht einfach auch mal Ideen finden, die jenseits der eigentlichen Aufgabenbereiche liegen, also jenseits der Technik. Vielleicht sollte man einfach mal aufstehen und sagen, so, ich habe jetzt kein Beispiel dafür. Ja. Bis hierher und nicht weiter. Ja, oder die Kontakte, die man hat, nutzen, um, um, es steckt halt auch in diesem Vortrag drin, der trägt den Titel 200 Jahre Widerstand auf der Republika. Vielleicht einfach mal eine kleine Revolution starten, ne? Ja. Also Revolution im Sinne von Ideen verbreiten, nicht unbedingt gleich die Barrikaden anzünden, ne? Gibt es ja sehr verschiedene Varianten. Aber klingt auf jeden Fall interessant, der Vortrag in Berlin. Genau. Den wird es dann auch hoffentlich bei YouTube geben. Wer nicht dabei sein kann, werde ich entsprechend auch verlinken und erwähnen in Podcast, Twitter und allen Kanälen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Was auch sehr interessant ist, dass tatsächlich der Vortrag schon Aufmerksamkeit erreicht hat. Dreisat Arte, Club Konkret heißt die Sendung. Ist auf uns beide aufmerksam geworden und möchte ganz gerne, dass wir da auch drüber sprechen, über unsere Ansätze. Weil man der Meinung ist, dass es genau das Motto der diesjährigen Republika an diesem Vortrag neben anderen wohl drin steckt. Das Motto ist into the world. Also geht mal raus und macht was mit euren Fähigkeiten. Und das schließt den Kreis eigentlich ziemlich gut zu den Themen, die mir selbst im Kopf rumgehen. Was sind eure Ansätze? Also zum einen stellen wir fest und zeigen, dass in der Geschichte eben vieles schon mal passiert ist, dass es sich auch lohnt, weiter zu handeln und das, was quasi unsere Vorväter, unsere Vorkämpfer aufgebaut haben, jetzt nicht einfach schleifen zu lassen. Also werdet aktiv, geht immer einen Schritt weiter, wird so ein bisschen die Message sein. Das andere, das mir persönlich sehr wichtig ist, seid dabei eben auch kreativ. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Die Möglichkeiten sind großartig, die wir haben. Wir können zittern, podcasten, bloggen, Video, Audio. Also wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, die man auch nur sich denken kann, um Ideen zu verbreiten. Wir sollten sie auch nutzen und kreativ sein. Ja, habt Ideen, spinnt rum. So ein bisschen auch das Steve Jobs-Dings, stay hungry, stay sharp. Stay foolish. Stay foolish, genau. Seid immer auf der Suche. Bleibt wach. Das ist was, was wir den Leuten mitgeben werden. Und lasst euch nicht so einlullen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die ganze Nerd-Szene, Hipster-Szene, dass man sich sehr stark auf sich selbst bezieht. Dass man sehr viele Verbindungen in einem sich relativ schnell schließenden Kreis hat und wenig Bezüge nach außen da sind. Das ist eigentlich schade, weil da so viel Kreativität, so viel Lust an Gestalten, auch so viel Kompetenz, so viel frisches Denken drin steckt. Dass man es eigentlich nur rausschreien, raustragen, rausblasen sollte. Und die ihm auf der Straße erzählen müsste. Das klingt schon fast missionarisch. Ganz so stark muss man es vielleicht nicht meinen, aber es ist gleich klar, worauf ich hinaus will. Ja, die Filter-Bubble ist natürlich durch soziale Netzwerke sehr, sehr stark. Ja, genau. Da einfach mal sich einmal umdrehen und die andere Richtung gucken und schauen, was da noch so liegt. Ja, wobei, es wird natürlich überall eintrainiert. In der Uni ist die Gruppchenbildung sehr stark, auch in der Schule. Einem Arbeitsplatz, die Gruppchenbildung, rotte dich mit denen zusammen, die die am ähnlichsten sehen. Die ist immer vorhanden. Und ich habe so gerade auch in der Uni sehr stark das Gefühl, dass der Wille sich auch mal zum Beispiel jetzt als Jurist mit dem Informatiker auszutauschen, und der vielleicht jetzt mal ein bisschen nach Keller aussieht, dass der Wille nicht da ist. Das ist stimmt. Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Ich bin relativ froh, dass ich was studiert habe. Ich habe den Diplom Sozialwirt, ein Fach, das Jura, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, eben klassischerweise Medienwissenschaften in meinem Fall vereint. Und ich habe sehr viele verschiedene Fächerkulturen kennengelernt. Und auch jetzt, das sieht sich eigentlich bei mir auch weiter durch. Ich habe Tater-Menschen, die sind überhaupt nicht technikaffin. Die sind teilweise sehr, 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 sehr stark geerdet auf Handarbeit, auf Stoff, Schauspiel auf der Bühne, Kommunikation. Und eben die Kollegen in Hannover, die wiederum sehr im Fokus von technischen, die im technischen Themen sehr starken Fokus haben, die sehr stark mit Apps und Computern arbeiten. Aber das zeigt schon, dass ich halt in viele Richtungen offen sein will. Und es ist ganz schön, ab und zu mal so eine neue Welt aufzustoßen, sich irgendwie mal ein neues Umfeld zu begeben, zu gucken, was sind das für Menschen. Und sich einfach auch an der Verschiedenhaftigkeit von Menschen zu erfreuen. Das fällt einem sicherlich auch immer schwerer, je älter man wird und desto stärker man an seinen Subkulturen so eingewoben ist. Man merkt es halt schon, dass das Studium einen immer dann doch auch letztlich prägt in der Fächerkultur. Und davon bin ich selbst auch nicht frei. Aber ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal was anderes machen. Sei es durch den Sportverein, den Volkshochschulkurs, das ehrenamtliche Taterprojekt, dem Mithelfen bei Rotes Kreuz. Was war denn bei dir so die faszinierendste Tür, die du mal aufgestoßen hast? Also in letzter Zeit war es sicherlich die Theatertür, die ich einfach nur aufgestoßen habe, weil ich tatsächlich so viel Zeit hatte. Und ich denke mal so insgesamt auch mein Leben betrachtet war es eigentlich die Tür Universität, weil ich es geschafft habe oder es mir möglich war, da einfach nochmal ganz viel Reflexionsgabe oder Fähigkeit zu lernen, mich selbst neu zu betrachten. Und ein bisschen auszubrechen aus den Motiven und Werten, die ich im Elternhaus beigebracht bekommen habe. Was war das so, wenn ich kurz fragen darf? Also ja, die Erziehung war christlich geprägt und das ist etwas, was ich hinterfragt habe, was ich für mich quasi beiseite gelegt habe mit dem Ausziehen und dem Ausziehen aus dem Elternhaus und in die Welt hinaus. Und jetzt relativ unbefangen neu betrachten kann. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die glauben. Ich glaube selber vielleicht nicht zwingend an einen Gott, aber ich glaube an Kreativität. Ich glaube an die Schaffenskraft und die Möglichkeit, sage ich mal, der Menschheit, sich selbst zu verändern, auch zum Guten. Und diesen Horizont aufzuziehen, das war mir ganz wichtig. Und eben nicht eingeschränkt zu bleiben auf den reinen Glauben an ein höheres Wesen. Ich glaube, man kann ja viele Dinge glauben, man kann viele Themen verfolgen und das zu reflektieren, war ganz, ganz gut für mich zu lernen. Also wenn ich, wie ich mal geplant habe, Architekt geworden wäre, beziehungsweise eine Bauzeichnerlehre war so gut wie gestartet, dann weiß ich nicht so genau, welcher Mensch ich dann geworden wäre. Aber es gibt diese Punkte, wo man rückblickend sagen kann, wäre ich dort anders abgebogen, wer weiß. Klar, das hat jeder. Weil du gerade Religion erwähnt hast und ich mich noch erinnere an das Ende des letzten Gesprächs, wo du meintest, habe ich abgelegt oder abgeschafft. Warum eigentlich? Ich habe tatsächlich nie etwas Positivgebendes in Religion entdeckt. Ich habe als junger Mensch versucht zu glauben, habe gebetet. Ich habe auf eine Antwort oder auf ein emotionales Erlebnis gehofft, das vielleicht in irgendeiner Form zurückkommt, was mich aufbaut oder was mir durchs Leben hilft. Aber es war nie da. Ja, ich habe es halt eigentlich irgendwann gefunden, indem ich mich selbst gestärkt habe. Ich habe dieses positive Wahrnehmen gefunden, eben in Projekten, im Gestalten und in dem Zurückblicken auf etwas, was man geschaffen hat, was andere Menschen oder andere, ja, andere Kreise möglicherweise, es ihnen hilft oder was sie erfreut. Ja, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Aber lag es auch an der Institution an sich? Ich glaube eigentlich nicht, also nichts gegen die Institution Kirche, aber ich kam auf diesen Werten nicht sonderlich gut klar. Also sie fühlten sich von vornherein falsch an. Das war etwas, was vielleicht schon auch als junger Mensch in mir drinsteckte. Da war einfach ein nicht guter Kontrast zu spüren. Ich habe gemerkt, ich fühle mich irgendwie eher abgestoßen oder vielleicht auch einfach nur gelangweilt in vielen Punkten. Und es hat mich nicht zum Schwingen gebracht. Das hat so etwas Zwanghaftes. Genau. Und ich finde, dass alles, an das man glaubt, sollte man sich selbst erarbeiten, sagen wir mal so. Also wenn ich von etwas überzeugt bin, bin ich dann am stärksten überzeugt, wenn ich den Weg zu dieser Überzeugung allein gefunden habe. Oder wenn es mich überrascht hat oder wenn es irgendwie über mich gekommen ist. Einfaches Beispiel, vielleicht wieder das Beispiel Urlaub. Ich biege um eine Ecke und entdecke etwas, was ich nicht erwartet habe, was nicht im Reiseführer stand, was komplett anders ist als alles, was ich auf den Metern davor gesehen habe. Und ich bin absolut begeistert. Mir klappt die Kinnlage darunter und ich will nicht wieder weg. So, das wäre vielleicht eine kleine Analogie zu dem, was ich eigentlich sagen würde. Also überrascht sein und dann sagen, das halte ich fest, ja. Oder man trifft einen Menschen und ist begeistert von diesem Menschen und sagt, ja, ich möchte mit dir mehr zu tun haben. Das gilt auch für alles das, an das man glaubt, das sollte einen erwischen und nicht aufoktroyiert sein. Ich glaube, dann ist es stark und dann ist es ehrlich und dann bringt es einen auch weiter. Ja, das kann natürlich christlicher Glaube sein, aber bei mir war es das eben nicht. Also verstehe, du möchtest dich wundern können, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich möchte eigentlich stets überrascht werden. Ich möchte mich wundern, ich möchte, ja, das ist es eigentlich, ne. Aber eng mit Religion, rein von dem, was du gesagt hast, hat es ja auch ein bisschen was mit Liebe zu tun, habe ich das Gefühl. Weil du meintest auch, ja, Liebe fehlt und Religion hast du abgeschafft. Und das waren für mich so zwei der Kontraste im Gespräch, wo es so hieß, ja, nee, gibt es nicht. Ja gut, Liebe, man könnte auch Liebe erweitern auf Familie. Ich sehe viele Menschen in meinem Alter Familie aufbauen, Kinder bekommen und das Übliche natürlich, auch meine eigenen Geschwister sind da gerade auf einem guten Wege. Und ich bin gerade zweimal Onkel geworden. Da entsteht natürlich die Frage, will ich das auch oder will ich das später oder wie möchte ich das denn eigentlich? Und das ist schon so, dass es derzeit ein bisschen fehlt. Es ist kein, sehr kein großer Verlust. Das klingt jetzt blöd. Es ist nichts, was stark an mir zieht und zerrt, aber es wird auch ein bisschen stärker. Und ich denke, dass eine Phase kommt, wo ich etwas vielleicht verlangsame, meine Aktivitäten, meine Bewegungen und irgendwo einen Ort finden möchte, an dem ich heimisch sein kann. An dem ich auch das Gefühl habe, hier möchte ich bleiben, bis so lange, wie es geht und das eben auch gerne mit einem oder auch mehreren Menschen, die sich sehr eng in meinem Umfeld befinden. Und das würde ich als Liebe beschreiben. Das ist derzeit nicht so stark da. Es gibt kurze Phasen. Es gibt auch wichtige Menschen in meinem Leben. Es gibt Zusammentreffen. Liebigste Art Beziehungen würde ich auch nicht begrenzen auf Paarbeziehungen, sondern auf jede Form von enger Bindung zwischen Menschen, Freundschaft, enges Zusammenarbeiten. Das ist alles da, aber es ist oftmals flüchtig. Und ich glaube, da ist es Zeit, nach etwas zu suchen, was etwas dauerhafter ist, was konsistenter ist, was so etwas wie Heimat und dann vielleicht am Ende auch Familie nach sich zieht. Und ich denke, da kann so langsam vielleicht auch eine Reise beginnen, so etwas zu finden. Aber es sollte eben dann auch wiederum aus sich selber sich erschließen. Ich war nie an dem Punkt, wo ich mich hätte entscheiden können, jetzt Familie oder jetzt Kinder zu haben. Das haben die Beziehungen einfach nicht hergegeben. Insofern war es auch keine bewusste Entscheidung dagegen, sondern nie ein starkes Suchen danach. Ich finde aber eigentlich der Weg nach Familie zu suchen, weil es jetzt an der Zeit wäre, das zu tun, eigentlich falsch. Das muss sich auch ergeben. Das berührt eigentlich das, was ich zuvor gesagt habe, auch wieder ganz gut. Und wenn aber eine Person um die Ecke biegt, die mich so begeistert, dass ich nach kurzer Zeit weiß, ja, die ist es, das will ich, dann wird es Zeit dafür. Aber die Ansprüche sind da auch hoch. Und ich halte es nicht für den einzigen Weg in seinem Leben Sinn zu finden, klingt jetzt wieder so hochtrabend. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist nicht das Einzige, was dein Leben ausmachen soll. Genau. Aber es ist nicht ausgeschlossen und ich merke halt schon, wie ich mich dem Thema annähere. Das kann man, glaube ich, sagen. Durchaus auch bedingt durch meine eigene Familie, die jetzt durch das Doppelonkel werden innerhalb von einem halben Jahr, da sehr viel Neues und auch Schönes mir gezeigt hat und auch noch zeigen wird. Gut, der nächste ist Taufe. Ich werde Patenonkel sein, ohne in der Kirche zu sein. Mal gucken, wie das sich so anfühlt. Ja, vielleicht entsteht ja ein neuer Zugang, man weiß ja nie. Genau, also stelle ich mir schon schön vor, auch da meinem Neffen beiden etwas zu zeigen und vielleicht ein kleines bisschen auch mitzugeben. Ich denke, der Wunsch, der wird jetzt auch stärker und das ist was, was ja auch ganz menschlich ist, der nächsten Generation etwas mitzugeben. Das muss nicht das eigene Kind sein. Das kann auch in Form von dem, was ich auf meiner Arbeit tue, in den Begrüßungsveranstaltungen. Es ist ja auch ein kleines Mitgeben. Das finde ich alles legitim und sehe es durchaus auf der gleichen Linie. Nur die Emotionen, die Intensität ist natürlich irgendwann bei der eigenen Familie und vielleicht auch den eigenen Kindern viel, viel stärker. Eigentlich wäre es jetzt das schönste Ende des Podcasts. Eigentlich. Eigentlich. Aber? Ich weiß nicht. Ich bin am Überlegen, sollen wir noch über ein Thema reden? Ich bin mir unschlüssig. Hast du noch eins? Wir haben, glaube ich, bisher relativ wenig zum Beispiel über Politik gesprochen. Ist das etwas, was du bewusst ausblendest, weil du keinen Bock drauf hast oder hat es sich einfach nicht ergeben im Gespräch? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, schon eher ästeres. Ich habe nie so ein starkes Interesse an Politik gehabt. Ich hatte im Studium auch die Frage, mache ich Soziologie oder Politik? Ich habe zwar auch nicht sonderlich viel gelernt in Soziologie, aber ich habe mich gegen Politik entschieden. Ich habe mich, glaube ich, relativ oft gegen Politik entschieden. Nichtsdestotrotz merke ich, dass ich ganz, ganz viel Politik in meinem Leben habe. Aber nicht die große Parteienpolitik, sondern die kleine oder die interne Politik einer Hochschule oder einem Theater oder an den Projekten, die ich habe. Und ich merke halt schon, dass ich durchaus auch, was ich früher nie gedacht hätte, eine Politik gehen habe, also mit den geeigneten Methoden für das zu kämpfen, an das ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob es mich irgendwann mal jemals auf die Spur bringen wird, mich in der Parteipolitik, in der großen, sage ich mal, Politik zu engagieren. Ich finde das doch oft ermüdend. Mir ist aber gleichzeitig bewusst, dass es wichtig ist, da einzusteigen und auch Ideen einzuwerfen. Das berührt wiederum vielleicht den Einstiegspunkt, dass ich vielleicht auch überlege, an welchen Punkten ich das können, das Wissen, was ich erworben habe, vielleicht etwas weiter streuen kann. Und da wäre natürlich die Politik ein opportunes Mittel. Das ist mir klar. Allein mich zieht es nicht an bisher. Also ich bin da sehr... Aber denkst du, dass du in der Politik wirklich was verändern könntest? Naja, nicht. Ich glaube, ich bin da sehr desillusioniert. Nicht in der Politik, so wie ich sie erlebe. Wie erlebst du sie denn? Von den falschen Motiven getrieben, von relativ kurzen Zeiträumen, letztlich von Legislaturperiode zu Legislaturperiode springend und eigentlich nicht wirklich... Es fehlen eigentlich Werte, es fehlt das Verfolgen von Werten. Ich bin irgendwann in diesem Wertebegriff gestolpert und festgestellt, dass ich nach für mich selber eigentlich relativ klar benennbaren Werten operiere. Auch wenn sie vielleicht klaren Aussagen niederzuschreiben wären, weiß ich doch, nach welchen Werten ich handele und warum ich das tue. Und genau das erlebe ich halt in der Politik nicht. Da wird viel Lobbyismus betrieben. Da geschieht ziemlich viel, um die nächste Wahl zu gewinnen. Da fehlt eigentlich die lange Sicht. Da fehlt eigentlich das sorgfältige Abwägen von Entscheidungen hin zu einem größeren Ziel. Oder zu einem vielleicht sogar neuen System oder der Entwurf fehlt. Hätte ich eine Idee, würde ich möglicherweise auch einsteigen und sagen, ja, da möchte ich dran mittun. Aktuell sehe ich es noch nicht so richtig, wo die herkommen soll, diese Idee. Für mich persönlich zumindest. Ich habe da nichts... Es ist halt ein bisschen wie Glaube an einen Gott. Ich habe nichts, was mich da mitzieht oder begeistert, sondern ich müsste mich sehr zwingen, das zu tun. Dann ist vermutlich die Politik nicht der richtige Ort. Vielleicht ist das einfach nicht. Das kann ja auch nicht alles gehen. Nein, also ich glaube mit Podcasting, Reisen und generell die Suche nach Neuem bist du wahrscheinlich schon relativ gut zeittechnisch. Hast du ausgesorgt? Ich glaube auch, ja. Mich fragen zuweilen Menschen, wie ich das alles schaffe und ich bin dann manchmal selbst erstaunt, wenn ich zurückblicke. Ja, wir nehmen uns halt die Zeit. Genau. Das ist alles eine Frage von Entscheidungen und ich sage an vielen Stellen eben nein. Ich sage nein zur Familie bisher, nein zur Politik, nein zu auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken. Und ja, zu vielen anderen Dingen. Und das finde ich jetzt das schönste Ende.